Und dann rummal. So viel brauchen wir gar nicht eigentlich. Wartet mal, dann machen wir das hier weg. Nehmen wir mal die Flugdauer 3 und dann haben wir schon mal Boote, also Raketen mit Runden geschossen. Wir nehmen extra mal hier Flugdauer 3. Okay, wir können aber mir hier so aufteilen. So, hier kommen die Flugdauer 1 und dann die nächsten 10 Flugdauer 2 und so weiter. Ich kann es mal ganz kurz hier vormachen. Beziehungsweise hier 3, hier 2 und hier 1. Und jetzt 6. Okay. Let's see. Okay. So, hier kommen die zwei, Flugdauer 2-Raketen hin. Und dann mache ich noch grün, in den grünen Bereich, wo hier die längsten. Dann mache ich noch hier extra so Schilder hin. Und dann mache ich noch ein bisschen. 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 So, hier schreiben wir auch nochmal. Flugdauer 3-Raketen. Ah, hier müssen wir es hinschreiben. Flugdauer 3. Flugdauer 2. Flugdauer 3. Flugdauer 3. So. Hier schonmal. Die Mitte tun wir mal weg. Machen wir mal die Flugdauer 3 zuerst. Dann machen wir jetzt, kümmern wir uns jetzt um die gelbe. Kümmern. 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 Perfekt. Ich bin gespannt, wie bei Silvester in diesem Jahr gestaltet sein wird. wird ich hoffe es wird trotzdem gut stattfinden gut geschaltet so haha haha Weiß, 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 weiß. Machen wir weiter. Tun wir mal hier die zur Seite, die wir schon haben. Wartet mal, jetzt haben wir Violett, tun wir das auch schon mal bei der Seite, die tun wir mal hier lang. Machen wir jetzt mal rosa. Ich vergesse immer die Reihenfolge. So. Und dann erst so. Und dann erst so. Ich vergesse immer die Reihenfolge.